Ach nein, nicht schon wieder. Minipig, äh Minipig, Minipig, groß. Okay. Okay. Nix. Okay, eine Toilette. Toiletten, wo nichts passiert. Danke. Das waren Spark-Ding. Und Plasma-Energie. Oh, Gott sei Dank. Plasma-Energie. Ich liebe Plasma-Energie. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 14. Okay. Drück mal auf den Knopfdrehen. Auf den Knopf gedrückt. Ja, bis jetzt macht es mir noch nicht großen Angst. Es erschreckt mich zwar, aber es ist noch nicht so Horror wie das letzte Mal. Das letzte Mal war schlimm. Und legen Sie weitere Sachen im Safe ab? Shop-Menü... Na, okay. Jetzt weiß ich, wofür die quittet sind. Na, die Kaufnummer. Was hast du denn zu frei müssen? Plasmakutter habe ich. Strahlenkanonen für 9000. Impulsgewehr für 7000. Anzug Level 2 für 10.000. Plasma-Energie für 1002. Energieknoten für 10.000. Star-Zip-Pack. Luftkanister. Medi-Pack. Okay. Ja, nicht gesagt. Ich würde das Impul... Ach, steht hier noch was. Äh, ein Moment weit. Oh, entschuldige. Ich muss da miesen. Okay. Ach, da steht hier. Steht hier immer noch was. Okay. Slicer mit breiten Strahlen und zeitgesteuerten Mii. Impulsgewehr. Militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. Anzug Level 2 erweitert. Inhalations-Slots und Panzerraum. Ähm, ganz ehrlich, ich nehme den hier. Kaufen? Ja. Ja. Tja, ich würde am liebsten eigentlich gesagt noch ein bisschen Plasma-Energie mitnehmen. Aber der Anzug Level 2 ist natürlich, ne? Hm, noch eine Sache. Plasma oder Anzug? Komm, ich nehme den Anzug. Der ist teuer genug. Ja. Wie, da geht... Jetzt setzt man sich da rein und da wird man ausgerustet oder was. Ui, cool. Wir haben Panzerraum. Gefällt mir. Wir haben jetzt sowieso keine andere Waffen mehr. Wir können nichts mehr machen. Was? Rote Waffensymbole bedeuten, dass der Munitionsclip ihrer Waffe leer ist. Waffe wechseln. Okay. Okay. Hm, 50. Okay. Ist das Plasma-Energie oder was schießen wir damit jetzt? Hm, keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall habe ich 50 Schuss dafür. Ich bleibe jetzt... Kleiner Schuster bleibe jetzt erstmal noch da. Ach, guck mal eine Werkbank. Habe ich einen Energieknoten gefunden? Ich glaube nicht so lang. Hm, leider nicht. Ah, ich weiß, dass es leer ist. Konserves sind leer. Das ist eine Art, der Ausführung nicht möglich. Lass mal Katter, den haben wir ja schon ausgerustet. Und den, ui, den können wir direkt mit kapazitiert ausführen. Hm. Okay. Ja, es ist schön zu sehen, was man so alles kann damit. Mach zu. Klappt der Koffer zusammen? Fein. Hm, komm ich da irgendwie rein? Frage beantwortet. Ich schau jetzt mal ein bisschen nach Quedits noch. Weil ich möchte doch gern ein paar Plasma-Dinger kaufen. Aber, hm. Jetzt wird scheinbar nicht vergönnt. Okay, dann... Ah, wir sind im Zug. Gibt's im Zug irgendwas? Bevor ich den jetzt so mache, warum geht nicht? Dann los. Kapitel 1. Neuzugänge. Abgeschlossen. Ah. Das ist jetzt das erste Kapitel. Foto speichern. Ja, auf jeden Fall. Ja, überschreiben bitte. Okay. Brücke, Besatzungsdeck. Ey, ich wollte noch weiterlesen. Okay, wir fahren auf jeden Fall jetzt, glaube ich... Was war das? Besatzungsdeck? Nein. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Okay, wir sind am Bahnhof. Da lebt noch wer. Da liegen Leichen rum. Die Leiche wackelt. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ähm, er ist zerstückelt. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du's gesagt hast. Ich... Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Wie kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle... ...backen. Kindsmilion. Setzen Sie Chineser ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Zielmodus. Objekte ergreifen B. Und... Es sind da Maden drin? Yay. Ich habe die Frau. Ich wollte die Frau zwar eigentlich nicht. Ja, da sind Maden. Igitt. Du... ...widerliches Drecksding. Wie kann ich dich denn werfen? Das hat man mir jetzt nicht gesagt, oder? Probier mal ein bisschen aus. So kann man dich werfen, okay. Igitt. Hier sind Leichensäcke. Und der ist voller Maden gewesen. Und die ist... Warum ist die gestorben? Die hat keine Sicht, die in... ...inem Wundern außer... Na gut, jetzt schon. Ich zerstückel sie nur. Weise halt so perfekt aussieht. Hinterher steht... Hinterher wachsen ihr Tentakel aus den Armen. Nochmal einen Shop. Ja, ich habe aber kein Geld gefunden. Alle Nulljahr. Was ist das denn noch? Ich nehme mich mit. Ich nehme mich mit. Ich nehme mich mit. Hm, hier liegen Leichen rum. Na, die werde ich als Wurfgeschoss nehmen. Flammenwerfer. Geh mal weg. Gegenstände kaufen, verkaufen oder lagern. Ja, ja, mach mal. Darunter geladenes Schema. Flammenwerfer. Wie viel kostet es da? 11.000. Ja, super. Was haben wir eigentlich im Moment? Ah, ganz viele Medi-Picks. Oh, ein Star-Street haben wir auch noch. Plasma-Energie, Plasma-Cutter. Cool, würde 5.000 bringen, wenn ich ihn verkaufe. Mhm, so sehe ich aus. Als ob ich das verkaufe. Okay. Öffnen. Ey, du. Nein, mach dich mal nützlich. Ey, nein, mach auf. Hey. Ey, ich bin doch da. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Crews von der Armee des Captains und dann suchen wir die Crew. Die Crew hat die Tür zum ersten Hilfesflügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschau raus wollen. Besorgen Sie sich damit in der Medikamentenausgabe. Und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesen Rauschen ist die Kommunikation fertig. Achso, dann warst du das gar nicht, der Tot ist. Okay, ich dachte, ich wäre jetzt hier alleine. Wer mich auch nicht gewonnen hat. Hm, super. Ich brauch eine Bombe. Oh, was ist das denn? Credits! Yay! Und hier noch fliegen, fliegen, fliegen rum. Plasma-Energie, ja, Gott sei Dank. Hm. Jetzt hat auf jeden Fall jemand versucht, was zu aktivieren. Lebenserhaltung. Ich schau aber nicht mehr groß aktiv. Plasma-Energie. Ah, Plasma-Energie ist super. Plasma-Energie ist echt klasse. Brauche ich es mir nicht mehr kaufen. Einmal speichern, für die kleinen Schissboxe. Habe ich jetzt gespeichert? Ah, ich gucke nochmal. Schade ist ja nicht, oder? Speichern, ja, gut. Scheinbar habe ich gespeichert. Okay. Also, ich will einmal da lang. Und ich will einmal da lang. Nicht? Na gut, jetzt will ich erstmal da lang. Okay. Der sieht komisch aus. Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Linke Taste und RB. Und RB? Also so. Okay, und dann? Ach so. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Das hätte mir schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und das Ding sieht so... Ah, geht mir jetzt bestimmt Beine weg. Die Dinger sehen so widerlich aus. Und die bewegen sich. Guckt euch das an. Und wie. Die Flache. Sie sagen, Lache, wie du nachdem. Oh Gott, ey. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020